Oh, mach das gleichwertig. Wow! Was dreht hier ab? Das ist ja mal voll ... ... jetzt dreht es gerade. Da verdreht echt viel Leben. Oh, selbstgedanker. Gibt's hier gerade mal Leben? Ich war ja kurz vorm Verrecken her. Noch ein paar Pulskernen. Ein bisschen Pulskernmunition. Da ist nichts. Ach, hier bin ich reingekommen. Ah, okay. Was ist schlecht? Bin ich wirklich hier reingekommen? Ich glaub ja irgendwie nicht. Du hast den Sicherheitsknopf gefunden. Aha! Der Sicherheitsknopf ist gefunden. Hm, die Frage ist, wie komme ich wieder raus? Äh ... Daraus wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den ... ... dasselben Weg wie ich gerade ... Ach nee, ich wollte ja den Weg zurück. Von da her ... ... dann ... ... dann ... ... den langen. Ich glaub, was war hier? Das ... ... war hier das ... ... äh ... ... was war hier unten? Nach unten geht's also auch. Okay ... Das ist jetzt echt mal ... ... richtig cool gemacht. Ah, hier kam ich her. Und weiter nach oben gegangen bin ich schon. So war das doch, glaub ich. Denk ich. Hoffentlich. Ah, stimmt. Kann ich echt her. So ... Hier oben war noch eine ... ... Kammer. Da oben dann auch noch eine. Nö. Sieht nicht so aus. Also ich kann ja nochmal gucken, ob ... ... dann ... Warte, ich bin ja eh hier reingekommen. Was geht hier ab? Ah, nett. Wieder ein neues Leben. Also ... ... die Nummer ist echt cool grad mal hier. Die hab ich da ja ... ... die hab ich wirklich einiges einfallen lassen. Ich hab nämlich ... ... in meinem Kopf grad so wirklich ... ... keinen Plan, wo ich hier in dieser Karte rumgestiefelt bin. Das einzige, was ich jetzt im Moment hoffe, ist, dass ich ein wenig ... ... äh ... ... Leben bekomme. Ah, da sehen wir auch mal die Monster. Die hier so rumfliegen. Da machen wir den nächsten Challenge Point. Wenn wir dann mal auf deutscher Höhe sind. Da scheint ein ... ... Ausgang zu sein. Dennoch will ich noch mal hier oben gucken, ob hier vielleicht noch was ist. Sieht aber nicht danach aus. Deshalb ... ... nehme ich mal an ... ... tauche ich jetzt durch diesen grünen Schleim. ... ... oder was auch immer das sein soll. ... ... und ... ... guck mal, wo es mich hinführt. Echt interessant hier. ... 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